Hallo Hippos! Master Jam, Knichel und SEO haben mich herausgefordert, vier Aufgaben auf Instagram zu lösen. Also mach ich das auch. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr am Ende des Videos sogar mitmachen. Die vier Aufgaben-Challenge besteht aus zehn Fragen zu Instagram und vier Fotoaufgaben. Und los geht's! Erste Frage. Wie heißt du auf Instagram? Auf Instagram heiße ich ManiacMind, aber nur weil der Name Maniac schon belegt war. RANGE! Zweite Frage. Wann hast du dein erstes Bild hochgeladen? Mein allererstes Insta-Bild habe ich am 8. August 2012 hochgeladen und zeigt mich beim Friseur, als ich mir die Haare für den Video-Day 2012 gefärbt habe. War doch klar. Ein Frisuren-Bild. Yeay! Wie oft postest du? Meistens poste ich mehrmals die Woche, aber am häufigsten dann, wenn ich auf irgendeiner Reise unterwegs bin. Ende Dezember bin ich übrigens in Asien und da gibt's auch wieder ganz viele neue Bilder. Dein schlimmstes Foto? Das hier. Dein Foto mit den meisten Likes. Ganz eindeutig das Foto hier. Ich frag mich warum. Wieso bist du auf Instagram? Ich hab mich schon immer für Fotografie interessiert und ich fand Instagram ist eine coole Möglichkeit, dieses Hobby weiter auszubauen. Wie vielen Leuten folgst du? Ich frage momentan etwas mehr als 130 Leuten. Viele davon sind YouTuber, aber es sind auch viele Fotografen und Reiseblogger dabei. Zeig dich so neugierig. Dein Lieblingsfoto? Das. Nein. Das. Nein. Das. Nein. Das. Nein. Das hier. Ja. Was mich an meine tolle Zeit in Australien erinnert. Und natürlich das hier. Neuseeland, Strand und Hippos. Was gibt's Besseres als diese Kombination? Welche Art von Fotos lädste hoch? Ich liebe es, Bilder auf meinen Reisen zu schießen. Letztes Jahr habe ich eine ganze Menge tolle Bilder aus Australien veröffentlicht und dieses Jahr ganz viele Bilder aus Japan. Mir ist es aber auch wichtig, dass meine Bilder persönlich sind. Also poste ich oft Selfies, Fotos aus meinem Alltag, Kreatives wie diese S-Bahn-Schlange oder diesen sexy LeFloid. Viel Spaß beim letzten Bild. Das wird jetzt für immer in euren Köpfen bleiben. Dein Lieblingsfoto, auf dem du verlinkt bist. Ganz eindeutig dieses Foto von Mr. Trashback zusammen mit Moritz Gart. Naja, die körperlichen Proportionen von Moritz und Phil sind ein bisschen übertrieben, aber ich selbst finde mich eigentlich ganz gut getroffen. Das waren ein paar Infos zu meinem Instagram-Account. Und jetzt kommen die vier Aufgaben. Aufgabe 1. Mach ein Meme mit dem Wahrzeichen deiner Stadt. Ich wohne in Berlin, also bin ich zum Brandenburger Tor und habe mich dort eine halbe Stunde in der Kälte blamiert, bis irgendwann das rauskam. Ah, wie schön. Aufgabe 2. Stell eines deiner Kinderfotos nach. Hier seht ihr einen ultra-cuten kleinen Maniac beim Knete-Modellieren. Und ich habe natürlich heute weder den Tisch, das Sofa, noch den ultra-chicken Frottee-Wademantel. Aber ich finde, ich habe das doch ganz gut gemeistert. Ich habe mich fast nicht verändert. Aufgabe 3. Stell ein Foto deines Lieblings-Youtubers nach. Da ist sie, die Queen von YouTube. Nein, ich meine nicht Tyler Oakley, sondern Bibi. Und da ist meine lausige Fälschung. Ihr müsst selbst entscheiden, was ihr lieber mögt, aber seid behutsam. Ein Teil eurer Antworten könnte mich beunruhigen. Aufgabe 4. Mach ein Face-Swap mit einem Filmplakat. Und ich habe mich für Zurück in die Zukunft 2 entschieden. Face, Gott! Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Auch der Master Jam, Knichel und SEO haben die vier Aufgaben erfüllt und ein Video dazu gemacht. Ihr solltet unbedingt ihre Kanäle abchecken. Halt, noch nicht gehen! Ihr könnt auch mitmachen. Nehmt euch eine oder alle der vier Aufgaben vor und postet eure Fotos mit Hashtag 4Aufgaben auf Instagram. Am besten, ihr verlinkt uns vier auf euren Fotos, damit wir eure Werke auch sehen können. Außerdem tagge ich hier mit den Can und den Mars-Pads, die vier Aufgaben-Challenge zu bestehen. Jetzt hast du noch Gelegenheit, ein bisschen Werbung für dich selbst zu machen. Schreib in die Kommentare, wie du auf Instagram heißt und was für Fotos du dort postest. Das war's und hier sind nochmal die anderen drei Videos. Folgt mir auf instagram.com. slash manigemind und bis zum nächsten Mal. Bye!